Musik Hallöchen an alle Knallbrettfetischisten da draußen auf dieser Welt Heute möchte ich euch einen Special Nollie Shove It vorstellen Wobei der hintere Fuß dafür verantwortlich sein wird, dass sich das Brett letztendlich dreht So sieht er aus So, nun müsst ihr eigentlich nur die Nollie Stellung einnehmen Der Frontfut kommt genau da hin Der hintere Fuß wird dann am Spann an der Brettkante abgelegt Und sorgt letztendlich dafür, dass er das Brett rotieren lässt beim Wiederaufstehen Zack So, also die Spannseite einnehmen und dabei aufpassen, dass ihr euch auf den Frontfut stützt, nicht auf den Backfut Das Ganze könnt ihr dann auch in der Fahrt probieren Natürlich könnt ihr ihn auch größer machen und ein 360er draus ziehen So, was ich gern könnt ihr auch, müsst nur üben, müsst ich auch Viel Spaß und viel Erfolg damit Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal